Du importantes Warzenschwein. Liegt direkt vor dir. Reggie Hammond? Hammond, du stinkten Hafer, wo steckst du? Jack! Na, wie geht's dir denn? Ich warte die ganze Zeit schon auf deinen Anruf. Ja! Ich bin im Cromance. Cromance in der Fillmore. Ja, ich weiß, dass dir dieser Schuppen nicht bekannt ist. Der ist was für Leute wie uns. Ich würde sie hier bestimmt nie reinlassen. Okay, ich bin gleich da. Rühr dich nicht von der Stelle. Jack? Ja? Elaine ist auf der anderen Leitung. Elaine? Jack? Fahrt zur Hölle! Ach, Scheiße. Hat sie die Hilfe eines Jüngeren schon mal weitergebracht? Haben sie sich in einem fremden Land jemals zu Hause gefühlt? Rémi Marta, auf die Werte des Lebens. 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 Die einfachsten Lösungen bietet uns immer noch die Natur. Zum Beispiel, dieser Rüssel kann hervorragend spritzen und auch ausgezeichnet saugen. Aber geht das denn gleichzeitig? Ja, jetzt gibt es auch an immer mehr Shell-Stationen neue Zapfanlagen. Die spenden unser gutes Shell-Benzin und gleichzeitig saugen sie überflüssige Dämpfe ab. So wie es das Gesetz verlangt. Und das ist besser für die Umwelt. Jetzt aber Shell! Warenreife entwickeln. Das ist wahre Kunst. Die Kunst des Cognac Martell. Magnetic. Der andere Duft von Gabriella Sabatini. Der Tefal Express Wasserkocher bringt Wasser so schnell in Wallung, dass sie sich ganz schön anstrengen müssen, um da mitzuhalten. Naja, zur Not können sie ihn ja auch mitnehmen. Überall hin. Der Tefal Express Wasserkocher. Schnell, sicher und ohne Kabel. Tefal, du denkst an alles. Backwerk, das anklickt und zerbricht, ist ein Albtraum. Aber ein Traum ist Toppitz Backpapier. Es ist antihaft beschichtet. Nichts backt an. Außen Jobpitz, Innengeschmack. Nur hier im Hochland reift ein großer, milder Kaffee. Mein Mildur. So hoch das Land, so mild der Kaffee. Weil wir ab und zu länger unterwegs sind als geplant, habe ich mir die Eurocard geholt. Einer von über 70.000 neuen jeden Monat. Eurocard, Deutschlands meiste Kreditkarte. Mh, Chantree. Am Geschmack erkannt. Keine Kunst, so weich und rund. Mein Lieblingsweinbrat. Der weiche Chantree. Man genießt den feinen Unterschied. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Geh. Die 300-Gramm-Tafel von Milka, das ist schon was. Komm, ich nehm das ab. Dieses Riesending. Down und dick ist die. So dick, dass sogar ganze Haselnüsse reinpassen. Die zahlste Versuchung, seit es Schokolade gibt. 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 Es gibt gute Gründe, Qualität zu tanken. Aral. Alles super. Komm, lass dich überraschen. Aus flauschigem Baumwollfrottee. Der Bademantel. Und weiche Badetücher. Passend dazu die Handtücher. Traumhaft schöne Damenschlafanzüge mit Satin-Applikationen. Warm und weich die Decke aus Lama, Alpaka und Schuhwolle. Und eine zauberhafte Dekopuppe. Dazu Sana. 500 Gramm, jetzt nur 6,99. Chibo. Das Beste geben. Ich will mehr als ein normales Aftershave. Forever Young. Vor den Deutschen verlieren sie ihre Furcht. Aber da schwöre ich dir nie, ihre Furcht vor mir. George C. Scott und Karl Molden in der aufwändigen Verfilmung einer Soldatenlegende. Die Geschichte des General Patton. Verwegen. Genial und besessen. Patten. Rebell in Uniform. Donnerstag, 21.15 Uhr. Auf ProSieben. 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 Auf ProSieben.